Hallo Leute, eine neue Folge Far Cry Primal. Es geht weiter, mal wieder in meinem Dorf. Und da drüben, der Schamahane. Ich glaube, da ist die nächste Mission. Ich weiß nicht so genau, was die beinhaltet. Ehrlich gesagt bin ich auch immer so ein bisschen, kann ich das machen, seltenes Löwenfell fehlt. Wer schreit da? Oh oh. Was macht der? Der sieht ja total verbrannt aus. . Wirこと, wir haben uns gegens Diesen. Vorsicht auf! Wie bist man, daslegen wir jetzt. Wie? In cop greuten. Okay. Ich dachte, da gibt mir wieder sonst was zu trinken. Puh. Der war ja gar nicht, gar nicht, gar nicht, sah ja gar nicht gut aus. Der war ja ganz schön, also, zugerichtet. So, das ist da. Schwierigkeit Mittel. Schwierigkeit Mittel. Schwierigkeit Mittel und der ist... Schwierigkeit Mittel. Winterkleidung. Okay, so, das heißt... Kompliziert. Ich will den haben und ich will den haben. Ich will hier unten Südstein haben. Und das wird alles wieder viel zu lange dauern. Gibt es hier oben noch, es gibt noch so viel zu entdecken. Okay, wisst ihr was? Das und das sieht relativ nah beieinander aus. Scroll mal rein. Ja, also wir werden erstmal das und das machen. Gehen da hin. Reisen zu diesem Ort. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, so. Ich kann ja mittlerweile deutlich mehr Pfeile machen, das ist ganz gut. Und muss... Und da gibt es schon wieder so ein Vignia-Ereignis. Das ist aber vermutlich irgendwo da unten, sonst weit weg. Und ich muss genau in die entgegengesetzte Richtung. Ich muss nach oben. Deswegen gehen wir jetzt nach oben. Ne, komm. War nur ein Baumstamm. Das war ein Braunbär. Na, das war nichts. Auf der Letzte hat auf jeden Fall nicht gesessen. Jetzt hätte ich gern das Bärenfell. Da unten. Er klaut mir nicht den Bären. Äh, ich hab nur keine Ahnung, wo der Bär hinläuft. Der scheint... Also man sieht hier auch nichts von wegen verletzt. Und ich will ja... Eigentlich will ich ja hoch. Okay, dann gehen wir zurück. Marsch, marsch, nach oben. Weil... Ich mach schon wieder sonst was. Statt dem, was ich will. Ich muss ja nur irgendwo außen langlaufen. Damit ich da hochkomme. Und sollte es hier irgendwo ein bisschen Holz geben. Schön getroffen. Und die haben noch keine Ahnung, wo ich bin. Die auch nicht. Der war... Ah, geht doch. So. Halt. Manchmal geht das suchen und manchmal nicht. Also ich mein... Das Spiel ist ja jetzt nicht ganz neu. Von daher... Wird's dafür vermutlich auch keine Updates mehr geben. Na, manchmal ist es schon so. Man steht direkt davor und hat irgendwie keine... Also... Kann es nicht nehmen. Und das ist dann blöde. So, hier drüben ist auch noch was. Das nehme ich auch mit. Hat den einfachen Grund... Und... Dass ich mir dann erstmal wieder Pfeile machen kann. Eine Menge Pfeile. Ich kann hier jetzt deutlich mehr Pfeile tragen. Und das will ich auch ausnutzen. Wenn ich es schon kann. Nordseeder. So. Gut. Ne. Dreiter sind hier. Aber ist es gerade gar nicht. Neunz nehmen. Durchsuchen. Futter mal eine Runde. Ja, genau. Dann treffe ich die nicht. Okay. Die hat alle mein Tier jetzt erledigt. Aber ich bin nicht gefragt, warum habe ich die nicht getroffen. Okay. Du bist mir eigentlich gerade egal. Wir können die einmal durchsuchen. Ne. Können wir nicht. Dann kann ich die nicht durchsuchen. Kann doch sonst alles durchsuchen. Rotblatt. Soll ich heilen eigentlich? Ja. Das wäre besser. Nochmal. Schupp. Und dann gucken wir hier. Jetzt durchsuchen. Kopfschuss. Das ist ein weißer Wolf. Ne, ist nur ein Wolf. Ich dachte, so ein besonderer Wolf. Aber ist es gar nicht. So. Wolf folgt mir erst mal. Das andere machen wir gleich. Ach. Mann. Hier. Ich schieße lauter Pfeile daneben. So. Gut. Dann machen wir jetzt erst mal hier dieses Wenn-Ja-Ereignis. Hier alles rum. Ich will ihn irgendwie durchsuchen. Ne. Rothunde stellen Fleisch von Hiesingen. Jage sie, um ihre Zahl zu verringern. Ach. Die Rothunde sind doch so. So. Schwierig zu treffen. Gibt es einen Bären? Da ist der Wegpunkt. Okay. Gut. Wir sind jetzt mal genau in die andere Richtung. Dann geht es mal hier lang. Rothunde ist die Teile, die du immer nicht triffst. Hallo. Na, Herr Kollege. Wie geht es so? Danke. Danke, danke. Ich weiß. Ich guter Krieger. Ich manchmal auch gar nicht so schlecht sein. Oder so ähnlich. Manchmal, ich, ich sagen, kriegen hin gut. Müssen wir jetzt nach unten oder nach oben? Ach, jetzt sind wir hier erst mal hier unten lang. Na, gucken wir mal. Da liegen alle Rote und da. Ah, hier war ich schon mal. Eins. Zwei. Drei. Der rennt da gerade. So, dann sammeln wir vor allem, das ist wichtig, mal die Pfeile wieder einsammeln. Bestienkill. Ja, mach mal. Kümmern wir mich mal drum. Rote und Teuten. Und Fleisch können wir eventuell auch mitnehmen. So. So. Wir müssen hier irgendwo noch einen Beutel rumlegen. Ist der drin? Da ist er anscheinend drin. So. Guck mal hier rein? Ja. Sieht doch so aus. Ah, da. Da, da, da ist der Beutel. Mal gucken. Tierfett. Lass du mich raus? Lass du mich bitte mal. Tut, tut. Lass mir mal durch. Ach so, ich kann hier hinten raus. Ha, warum sagt mir das denn keiner? So, nächster. Ach so, zweimal daneben geschossen, ja. Was, das ist, also zweimal daneben schießen ist schon, also, naja. Ich bin doch ein guter Jäger, hat er gesagt. Manchmal zumindest. Gucken kommst du wieder. Hier, total die spannende Musik gerade. Ich sehe gar keinen. Ich sehe gar keinen von diesen Rothunden. Hilft der mir auch? Nicht verjagen. Hey, den habe ich getroffen. Warum ist der nicht draufgegangen? Und dann rennen die alle aus dem Gebiet raus. Ja, das ist das Problem. Irgendwo hier müsste aber noch ein Pfeil liegen. So, den haben wir. Und wie haben wir denn? Sieben von elf. Na, das wird ja langsam. Na, toll. So, neun von elf. Gut. Pfeile wieder einsammeln. Und dann gucken wir mal weiter. Da gibt's einen Beubel noch da oben. Hallo? Warum kommt der nicht runter? Na, geht doch. Tasche ist voll mit Knochen. Na, das ist ja typisch. Ich verschieße hier meine Pfeile für nichts. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist noch welche? Zwei brauchen wir noch. Ich sehe gerade keine mehr. Ich sehe gerade keine mehr. Ist da oben eine Höhle? Wollen wir mal gucken gehen? Sieht fast aus wie eine Höhle. Bisschen erledigt? Nee. Habe ich gar nicht gesehen hier im dichten Gerüsch. Ich weiß aber auch nicht, wo er hin ist. Das ist tatsächlich eine Höhle. Vielleicht machen wir erstmal die Rohtunnel fertig und erkunden dann die Höhle. Zwei müssen noch irgendwo sein, aber ich weiß nicht wo. Ich sehe keine. Das sind gerade meine, meine Probleme. Hallo, Rohthunde, wo seid ihr? Also das ist jetzt unfair hier. Verstecken ist nicht. So weit darüber laufe, kriege ich vermutlich wieder ein. Du hast das Missionsgebiet verlassen. Ganz ernsthaft. Ich bin schon wieder ewig lange unterwegs. Ich wollte hier gar nicht runterklettern. Aber na gut. Jetzt sind wir hier schon. Nö? Runter. Hallo. Du. Rothund. Das ist ja schön. Aber ich brauche noch zwei. Ein. Da war schon einer. So. Einen brauchen wir noch. Wo ist der letzte? Wenn du knurrst, ist denn irgendwas in deinem Meer? Ich sehe noch gerade wieder nichts. Schiefer nehmen. Okay. Und dann? Und dann müssen wir tatsächlich in die Höhle rein. Da ist einer. Na geht doch. Okay. Das war's. Wir müssen tatsächlich hier in die Höhle rein. gut. Na gut. Warte mal. Hier hätte ich ja auch eher drauf kommen können. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da gibt es noch ein bisschen. Durchsuchen. Tasche für diesen Gegenstand bereits voll. Das ist bestimmt auch voll. Das könnte er mir eigentlich anzeigen, bevor ich es durchsuche. Oder naja gut. Macht auch nicht allzu viel Sinn. Okay. So. Jetzt haben wir das geschafft und sind ganz da oben. Und wollten doch eigentlich... Hier weiter unten in Höhlenlöver. Ich muss mal kurz überlegen. Es sind 20 Minuten rum. Wisst ihr was? Ich mache hier eine Pause. Das ist dann mal eine super kurze, also zumindest für Far Cry Primal mal eine super kurze Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Und ich denke, ich werde erst mal hier runter und zu dem gucken. Beziehungsweise erst mal zu diesem Außenposten dann. Und dann werde ich hier runter springen. Also dann bis zum nächsten Mal.